Jetzt gehts los. Geht's? Geht's ja. Grüß euch. Ich bin die letzte Nominierung für der Wotor-Challenge. Ich möchte mich bedanken bei die Jedermann-Frauen. Bekera Röslofer sagt Dank für die Nominierung und das ist die letzte. Prost. Sag ich mal. Auf die Damen von Jedermann. Was hast du da schmeißen? Die Hälfte haben wir getrunken. Brauchen wir nix mehr sagen. Boah, drei Sklappen. Was ist das denn gut? Wuuuuh! War froh, auch froh ist es drauf.